Schockierende Bilder, ein kleiner Skandal. Doch was dabei niemand wissen sollte, die Rangelei ist frei erfunden. Eine geschickte Inszenierung eines Redakteurs und dem von ihm geschmierten Türsteher. Amateuraufnahmen beweisen, wie der Redakteur dem Türsteher im Vorfeld konkrete Anweisungen gab. Skandal nach Plan. Du stehst jetzt hier noch, ich schieb dich, die kommen gleich immer noch und schicken. Genau. Nicht direkt die Tür versperren, sondern so ein bisschen, dass man ein bisschen Einblick noch hat. Also man soll das schon alles sehen? Ja, genau. Dieser Clip sollte behaupten, dass es sich bei der Hunt Release Party nur um eine geschlossene Veranstaltung handele. Dabei ist das Hunt Magazin und ihre Release Party doch für alle gedacht.